das ärgernis der woche mit einer einfachen lösung von marcus hana mein dokument ist gestaltet und ich möchte es jetzt als dokumentvorlage speichern kein problem ich wechsle auf die registerkarte datei wähle dann speichern unter links computer und lege es rechts in dem entsprechenden projekt ordner ab mit einem doppelklick auf den ordner name öffnet sich das speichern unter dialogfeld jetzt muss ich nur noch bei datei typ auf word vorlage dort x wechseln doch was passiert wird 2013 ändert mir eigenmächtig den vorlagenpfad denn ich hatte vorhin nicht mein benutzerdefinierten office vorlagenpfad ausgewählt sondern extra einen projekt ordner gewählt in dem diese daten zusammengehalten werden doch da ich als datei typ eine dokumentvorlage gewählt habe ändert wird man eben eigenmächtig den vorlagenpfad was kann ich tun dass ich ganz schnell wieder in meinen originalpfad zurückkehre am einfachsten geht dies mit einem klick auf den zurück pfeil oben links im dialogfeld sobald ich auf zurück wechsle bin ich tatsächlich wieder an meinem original speicher ort angelangt und kann jetzt meine neue dokumentvorlage abspeichern wird 2013 ändert von sich aus sobald ich den datei typ geändert habe auch den vorlagenpfad und stellt den vorlagenpfad ein der unter datei optionen links bei speichern und jetzt rechts bei standard speicherort für persönliche vorlagen eingestellt ist soweit zu wird 2013 wie sieht das ganze nun in wird 2010 und 2007 aus leider verhält sich wird 2010 und 2007 nun etwas anders wenn ich auch hier mein dokument vorbereitet habe und dann über datei speichern unter respektive in wird 2007 das ganze über die office schaltfläche starte dann lande ich im vertrauten speichern unter dialogfeld bei datei typ wechsle ich auch hier jetzt wird vorlage aus und was passiert wird behält den ordnern bei den ich zuvor ausgewählt habe während also wird 2013 sofort in den vorlagen ordner springt verbleibt wird 2010 und 2007 im aktuellen ordner damit ich hier schnell in den entsprechenden dokument vorlagen ordner wechseln kann gibt es einen ganz einfachen trick ich muss auf der linken seite mit der bildlauf leiste ganz nach oben blättern wenn ich hier einen klick auf den ordner templates mache befinde ich mich tatsächlich sofort in meinem profil und könnte jetzt diese vorlage in meinem dokument vorlagen ordner speichern so dass die dokument vorlage über dateien neu sofort zur verfügung stehen würde resümee wird 2013 wechselt beim wechsel das datei typ sofort in den entsprechenden vorlagen ordner und ich muss über die zurückschaltfläche in meinen alten ordner zurückkehren wird 2010 und 2007 verbleiben im aktuellen ordner dort muss ich mit einem klick auf templates in den vorlagen ordner wechseln um die dokument vorlage zu speichern das war's bis zum nächsten mal marcus haner übrigens über die e mail adresse word at schauen minus stadt minus lesen punkt de nehme ich gerne anregungen für das ärgernis der woche auf einfach maximal ausführlich beschreiben namen und wörter version drunter und dann nichts wie her damit und vielleicht gibt es hier schon bald die passende lösung